Ihr wollt wissen, wie ich die Stahlbarren verarbeite? Dann bleibt dran! Tag Rauch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, wir wollen hier weitermachen. Und zwar habe ich schon mal ein bisschen, ich glaube, in der Ebene waren wir, genau, da habe ich erstmal das ganze Zeug abtransportiert, was hier gemacht wird. Also unsere schönen Eisen-Armir-Stackel. Und jetzt sind wir eine Etage höher. Da habe ich auch schon mal einiges vorbereitet, aber noch nicht komplett fertig, denn hier wird schon mal ein bisschen Draht produziert. Hier vorne ein bisschen Katerium-Draht. Das haben wir hier hinten. Genau, hier werden auch noch Stachel gemacht. Dort drüben kommen die ersten Kupferblecher. Und hier sollen Stahlrohre rauskommen. Die habe ich aber noch nicht angeschlossen. Und das haben wir heute vor. Also, viel Spaß anschließen. Achja, und ich habe ein bisschen mit dem Design rumgespielt. So, diese schrägen Abstützung, die das da oben halten sollen. Und dann eben diese Walz hier, wie auch immer. Also diesen Block hier drum herum gezogen. Ja, dann gehen wir doch mal hier runter und schauen, wie wir den Spaß jetzt weiterleiten können. Da sind die Stangen. Da kommen die. Genau, das habe ich alles schon mal so weit runtergeführt. Gut. Dann können wir jetzt eine ganze Menge von den Dingern hier wieder ziehen. Und uns überlegen, ob wir das auch in die Richtung haben wollen. Weil, Moment, die gehen nach da hinten, dann gehen die Teile jetzt in die Richtung. Das heißt, wir gucken uns einmal an, wo wir da auskommen. Und fangen an, Fusionatoren zu setzen. So müsste das passen. Oder ist das schon zu weit? Oh, das ist ja sogar schon zu weit. Aber, ich glaube, das können wir uns erlauben, den Platz haben wir. Dann machen wir uns jetzt einfach so. Und ziehen das alles hier schön rüber. Nein, natürlich. Manchmal flackert es ein bisschen sehr viel. Aber. Kommt mal mit klar, oder? Oder muss ich jetzt eine Epilepsie dran machen? Warum klang das jetzt nicht so, als wäre das angeschlossen? Hm. Egal. Das werden wir gleich alles herausfinden. Ah doch, dann schließt an. Okay. Okay. Von den Sachen, die rechts stehen, also unsere Konstruktorenrechnung und, ähm. Der ganz andere Kram, das ist jetzt, äh, wir sind ja quasi auf einem, äh, auf dem Stand, dass wir, ähm, oben noch Kupferblech machen müssen. Draht haben wir schon, diese zwei. Ähm, die, die ich beim letzten Mal irgendwie, ähm, oben schon mal vorbereitet habe, mit, äh, hier so und so viel Muster rein. Die habe ich mir nochmal anders überlegt, weil das hier halt so gut auskam, dass ich genau zwei, äh, äh, quasi über hatte. Da, in der einen, also in dieser Reihe hier. Da habe ich mir, ne Quatsch, doch. Da habe ich mir gedacht, das passt so. Oh, da muss ich oben nochmal gucken. Der eine darf da gar nicht mit drauf. Ja. Dieses Band. Da müsste nämlich der da ganz hinten sein, ne? Den. Nehmen wir nochmal weg hier. Das dürfte nämlich, wenn ich mich nicht irre. Der da sein. Oh, ne, die gehen so rein. Das war der Eingang. Ah, okay. Oh. Da habe ich nicht drauf geachtet. Shit. Das war ja vollkommen falsch, was ich da gemacht habe. Hm. Ich bin noch nicht wach, Leute. Oh. Stimmt, das waren die Eingänge. Da muss ich nichts fusionieren. Da muss ich nur wegsplitten und der Spaß muss nach oben gehen. Ja. Da hat sich das ja jetzt richtig gelohnt, dass ihr euch das angeguckt habt. Was? Aber das kriegen wir schnell. Wie habe ich denn da hinten ein bisschen Kupfer mit reingebracht? Wie habe ich denn da hinten ein bisschen Kupfer mit reingebracht? Gut. Da geht das hoch. Okay. Da geht Kupfer hoch. Da kommt Kupfer wieder runter. Das war die Nummer. So. Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Also so langsam. Hier in die Mitte. Hier sollte ich erst den Anschluss machen. Dann sollte ich den Spaß machen. Ja. Hier schließe erst hier an. Dann habe ich unten auch, weiß ich genau, was ich da unten reinmachen muss. Er ist heute schwierig. War das jetzt doch richtig? Ja, war es. Natürlich. Natürlich. Irgendwas ist ja immer. So, dann kriege ich das da unten noch ein bisschen rein. Und dann können wir auch sagen, dass hier vorne ein normaler Draht runterkommt. Wenn wir da mit dem Draht, der da irgendwo runterkommt, oder wenn wir da hoch lassen, kommen lassen müssen, wie auch immer. So, hier machen wir jetzt die Fusionatoren. Genau. Und zwar, ich habe gesagt, das ist... Da. Das zweite Versuch. Ich hoffe, es gibt einen dritten. Auch wenn einer guten Dinge drei sind, aber... Manchmal ist es auch einer zu viel dann. Ja. Ja, das passt jetzt auch besser. Oben geht es direkt wieder los. Ja. 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 Und so, die haben wir. Und dann gucken wir uns gleich an, wenn wir den Spaß hier raus haben. Und dann haben wir uns zusammengeführt, wie wir denn den Stahl verteilen. So, da fällt mir ein. Wie mache ich das denn jetzt überhaupt? Ziehe ich die... Also packe ich die anderen, die ich oben habe, mit hier unten drauf und sage, das ist jetzt meine... Leitung, die ich dann auch weiter benutze und wegbringe und mit der ich dann später weiter arbeite. Oder lasse ich das direkt in die Mitte laufen. Ich könnte das aber auch von hier aus in die Mitte führen. Es sind noch Fragen über Fragen. So, da sind wir mit dem Zeug. Wenn ich mir den Spaß jetzt hier angucke, könnte ich eigentlich die... die Fusionatoren direkt hier vorsetzen, komplett. Und einen von dort in die Etage runtergehen lassen. Oder das Ganze bis dahinten leiten und da einmal runter und rüber. Oder auch dahin, ist vollkommen egal, in welche Richtung. Wo kommst du denn her? Da hinten kommt das doof aus. Da kommt das nicht so doof aus. Dann ziehen wir den Spaß jetzt darüber. Wie viel hatten wir denn noch mal? Oh, ich muss da sowieso aufpassen. Wir brauchen da drei Leitungen. Das haut ja gar nicht hin. Ich habe jetzt 15 Stück da drauf gejagt. Der neue Hundert, da ist doch viel zu viel drauf. Da muss ich doch vorher schon mal dazwischen... Okay, das muss ich noch mal anpassen. Dann haben wir das auch geklärt. Dann kommen wir jetzt als erstes. 15 Stück. Wir haben 780 durch 60 nach 13. Das heißt, die letzten zwei können zusammen... Nein, nein, ja. So. Dann haben wir das. Dann müssen wir da wieder auf 13 kommen. Ich habe gesagt, ich leite das alles in die Richtung. Wir sind hier. Das ist natürlich genau davor. Aber wir könnten den hochbringen und rüber, dann gehen wir das. Dann habe ich eine Idee, wie wir das hier machen. So, wir setzen den hier an. Mit einem Fusionator. Der in die Richtung zeigt. Wir haben da eben was davor, damit wir das auch machen können. Also, in dem Fall müssen dann die letzten vier nicht genutzt werden. Die machen wir separat und bringen die dann einen runter. So, du bekommst hier den Kollegen. Jetzt habe ich mal gesagt, vier Stück. Drei. Vier passten. Eins, zwei, drei, vier. Genau. Dann kommt hier noch einer, der runter geht. Läuft jetzt natürlich genau da unten. Hm, es läuft. Nimm nicht genau da hinten, wo ich befürchtet habe, dass es hingeht. Also, ich bin nicht genau da hinten, wo ich bin. komm nein nicht er sollte weg und der muss auch weg und da also warum ich immer irgendwie mal schief sitze verstehe ich nicht habe ich da nicht ständig so doof anstellen also kann ich schon aber will mich doch nicht ständig so doof ansetzen so in dem fall machen wir das hierhin sagen du bist du da rein dann nehmen wir uns diese viel hier weg brauchen wir nicht mehr und hier machen jetzt was genau da drüber ist gehen hin so das läuft gut der sieht gut aus da müsste mein stahl liegen ich das richtig im kopf habe da ist stahl da ist quatsch genau warum ich quatsch nach oben gebracht habe weiß ich immer noch nicht ich weiß noch nicht wie ich den ausgang mache von denen ich weiß noch nicht wie ich den ausgang mache von denen stahl gedrinsen hier wie sieht es da aus das passt alles da auch ok wir fangen erstmal da hinten an dass wir die wieder setzen ne Komm. Ok. Der ist ein Mann. dann schnappen wir uns die wieder brauche ich nicht, weil habe ich schon sehr gut ich habe drei Leitungen die muss man eben hier schön gucken, spicken wenn ich da sage ich füge die Steelpipes hinzu ok jetzt wird es spannend also 2100 Stahl durch 15 pro Minute was aber klatsch ist weil das müssten 30 pro Minute sein 70, warum auch immer ich weiß doch, dass es 70 sind ach, das ist immer so eine doofe Zahl ok hier wären 28 ich will nicht später reinfüttern ich habe 28 mal 30 mal ist das andere Zeichen 840 das ist zu viel das wird blöd ok da machen wir einen hin und dann gucken wir weiter schließe ich jetzt einfach schon eine Leitung an hier vorne lasse das Zeug da durchlaufen und gucke wo es endet vor allem ich muss glaube ich nochmal runter und gucken wie ich meinen Stahl produziere da unten hatte ich jetzt habe ich doch auch alles hier aufgeschrieben also zumindest vieles aufgeschrieben wahrscheinlich das Richtige nicht 35 Schmelzwöfen habe ich die 35 Schmelzwöfen denn auch richtig gesetzt so wie habe ich das gemacht dass es zusammenkommt äh nicht da ok ein bisschen Stahl hier drüber laufen lassen willst du bitte nicht so rum springen danke äh fast wie Ping Pong hier äh Stahl geht Stahl kommt da raus jetzt habe ich also da oben direkt drinnen gemacht so da setze ich da setze ich 60 kommen 19 5 6 ich will nur sicher dass ich da auch wirklich die oder ob ich die 780er Leitung voll habe oder wie ich den Spaß anders aufteilen muss noch kommen wird fertig danke man muss ja nun mal was sagen ähm ich kann mal weg da habe ich jetzt gesagt 1 2 3 4 5 6 6 6 mal 60 sind 360 und dann leite ich hier noch ein bisschen mehr drauf nehme ich 1 2 3 540 540 540 habe ich nicht gesagt ich wollte 10 zusammenführen 720 habe ich da zusammen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und da war noch der eine plus 7, genau, das waren 13 Stück richtig und 780, okay also das linke ist auf jeden Fall 780 dann haben wir den Kollegen hier der hat 2, 4, 6, 8 10, 12 das sind keine 780, das sind 720 okay 2, 4, 6, 8 10 das sind 600 okay damit kann ich arbeiten 600 720, 780 dann würde ich da oben mit dem 780er anfangen wollen so mit dem 780er anfangen wollen das ist dieses hier anders machen weil ich hätte gerne den den und das sind 2 mehr 1, 2 1, 2, 3, 4 so okay dann setzen wir uns alle wenigstens bis da vorne ran und gut so hier kommt rein der 780er den schnappen wir uns direkt und packen ihn nicht so da rein den hätten wir dann schon gerne in die andere Richtung gedreht damit das nach nicht weiter klippt so ja geht dann schief mach jetzt so dann müssen wir gucken irgendwo hier vorne müssen wir dann ähm 780 weg haben das ist dann so ich hätte 780 durch 30 sind 26 das ist einfach die letzten 2 werden dazu gefüttert das kriegen wir doch hin ja 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 ich muss nur gucken dass ich da auch rechtzeitig aufhöre und dann geht's so ein Stückchen habe ich noch und die 2 müssen zugefüttert werden eben ihr Zeug dann aber auch direkt dahinter wieder ab das heißt hier kommt einmal wenn wir das schon so eingestellt haben gerade bei dir kommt was rein du bekommst noch nichts dann tue ich zwischendrin die Leitung vergessen ok jetzt das dauert ein bisschen bis das Holz verstehe das geht auch ein bisschen schneller als immer da oben durchrattern wir haben dort hinten schon mal unseren Eingang und unseren Ausgang Eingang Ausgang ja wenn ich das vorher berechnet hätte ich natürlich auch sagen können ich packe die Dinger direkt dahin aber so geht das jetzt einmal hier oben hoch und einmal direkt wieder da vorne so packen wir dich mal dahin und du kommst natürlich auch mit du gehst das ist eigentlich ein bisschen schön mittig dahin und weiter geht's das ist sogar ganz gut hier so ich baue ich jetzt ein hier gebacht dann kommst du und gehst da du darfst sogar so schräg laufen ja das geht nämlich da hoch und dann müsst du relativ zügig auch wieder was hier runterkommen das ist die 720er Leitung okay das ist die 720er Leitung die kommt hier rein so dann haben wir schon mal 60 davon weggenommen 20 sind 24 ähm zwei haben wir also brauchen wir noch 22 dann machen wir eben dran vier sechs acht zehn 12 14 16 18 20 22 24 20 20 20 sind das hier sind nur hier ein so so ja ja bis hierhin sind es 8 8 8 9 10 10 11 jo das stimmt so dann packen wir wieder den hier dran da kommt da kommt unser 600 da rein davon muss ich also 20 anschließen 16 habe ich an der Wand das muss ich an der Wand hier sind 6 da sind 16 das sind 22 habe ich da unten so falsch gerechnet das ist das letzte waren 10 ok wir werden es sehen achso ich muss ja auch den Spaß wieder runterleiten also wir hatten hier 11 plus die 2 sind 12 genau wie also plus die eine Reihe sind 12 so die hier ich habe gesagt 780 26 2 4 6 8 10 12 14 16 15 20 22 25 26 26 das passt plus die 2 da hinten dann hier nochmal hier haben wir 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ist da hinten 24 das sind 720 da hinten sind die letzten zwei machen doch auch gerade die habe ich doch beiseite geschoben ja alles gut passt genau gut dass wir drüber geredet haben gut dass wir drüber geredet haben so du gehst da runter die voglia die 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 Hier geht es echt ums Falschen. Ja, hatte ich, so, du dahin, dahin, und da, so, dann läuft der ganze Spaß schon mal durch. Dann kommst du hier hinten hin. Wie mache ich das? Ich glaube, in dem Fall gehe ich hin und setze das erst mal hier dran. Ähm, Splitter. Dann kann ich mir das da oben ein bisschen sparen. Das eine Loch gleich wieder wegmachen, das brauche ich dann nämlich nicht mehr, weil dann endet da die Leitung. So, gut. Ich brauche schon nicht mehr, weil da ist Ende. Das sieht ganz gut aus. Wenn wir die jetzt noch da reinschmeißen, dann haben wir eigentlich schon alles für heute geschafft. Komm, die letzten Meter sind sowieso immer schief. Dann passt das doch. Dann ziehe ich das nie. Da rein. So, da dürfen die nämlich zuerst voll laufen. So. War das clever, mit denen so hinzusetzen? Ich meine, ich muss sowieso darüber. Dann ist alles gut. Das wäre nur, glaube ich, sinnvoller. Abtransport mal hier oben. Alles gut. Ähm, du hier musst weg. Danke. Du kommst runter und gehst da hin. Und dann haben wir dich hier. Zack, zack, zack. Warum bist du jetzt wieder falsch? Ja, nochmal gucken. Okay, heute Morgen hast du wieder Bock. So. So. Das ist hier wieder richtig. Ja. Einmal das Loch zu. Und, Kollege, die ist da rein. Das läuft alles langsam. voll. Hier ist schön viel Bewegung drin. Und, dass die da oben sofort voll sind, ist klar. Das gefällt mir. Dich können wir zumachen. Kommst du her. Dich machen wir auch zu. Du stockst schon. Das heißt, da oben ist alles soweit voll. Jetzt kriegen wir recht einfach raus. Pfff. Das sieht gut aus. Du bist sowieso voll. Klar. Du bist nicht so voll. Was aber auch klar ist, weil ihr seid am Ende der Leitung. Wie sieht es hier bei dir aus? Das ist auch noch nicht so gut. Aber, das kommt immer was. Da sind wir schon durch. Jetzt wird die Reihe hier voll gemacht. Das ist auch gut. Den haben wir auch. Sehr schön. Also das funktioniert auf jeden Fall. Wir sind fleißig am arbeiten. Das zieht sich hier so nach und nach durch. Guck mal, der ist schon voll. Au. Au. Kupfer weiß gerade nicht, wo es hin soll. Ist auch gut. Ja. Dann haben wir das für heute geschafft. Ja. Ich sag mal, das war es für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein bisschen. Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.